Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Plötzlich nichtig und klein Dann ist alles still, ich geh Regen durchdringt meine Jacke Irgendjemand kocht Kaffee In der Luftaufsichtsbaracke Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man Blieben darunter, verbogen und dann Höre, was sonst groß und wichtig erscheint Plötzlich nichtig und klein Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank.